Musik Grenzenlos singen Jugendchor und Band Kreativ International gestaltete am 15. Dezember den Weihnachtsmarkt in der Partnergemeinde Stadensrich in der Oberpfalz Die Mädchen aus Sankt Marienkirchen bei Scherden singen seit mehr als 15 Jahren zu Gunsten von Projekten für Kinder in Not Mit modernen und traditionellen Weihnachtsliedern zaubern sie die richtige Stimmung in den Weihnachtsmarkt der Bayerisch Partnergemeinde Die vielen Gäste genießen in dieser Nacht die heißen Getränke und das gute Essen das man an den verschiedenen Standarden bekommt Für die Kinder gibt es Abwechslung, zum Beispiel auch beim Kerzenziehen Alt und Jung tanzte und feierte, bis das Lagerfeuer langsam erlosch Trotz der Kälte halten die Besucher aus Oberösterreich und Bayern bis Langenacht-Mitternacht durch Musik 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 Musik